Gerade die Rosaze-Haut ist ja eh, wie gesagt, ziemlich belastet und sehr empfindlich, dass man die mit einem 100% mineralischen Make-up von Jane Aradet sehr gut schützen kann, vor äußeren Einflüssen, aber auch vor inneren Einflüssen. Das bedeutet, wenn man dieses Make-up aufträgt, dieses Puder oder flüssiges Make-up, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die du nutzen kannst, wenn du die aufträgst, dann hast du sozusagen tausende von Sonnenschirmchen auf deinem Gesicht, hast natürlich dann auch einen mineralischen, natürlichen Sonnenschutz und was natürlich auch noch ganz toll ist, die Haut kann weiterarbeiten.